Es ist die Silvesterschande von Berlin. Praktisch jeder weiß, was dort passiert ist, aber ausgerechnet unter Journalisten, bei den Öffentlich-Rechtlichen, weiß man das offensichtlich nicht, was da passiert ist. Die Tagesschau haben geschaltet einen Reporter und fragen den, was weiß man denn über die Täter? Und der Mann sagt doch tatsächlich einfach nur, ja, es ist ja schwierig, da jetzt über Täter zu sprechen. Naja, das waren wohl gruppendynamische Prozesse auf tagesschau.de. Da ist doch tatsächlich die Behauptung erschienen, die meisten Täter sind Deutsche, dieser Tatverdächtigen. Das ist schlichtweg falsch. Das stimmt nicht. Die meisten Täter sind Ausländer. Ein weiterer Fall ist passiert in den Tagesthemen. Da berichtet ein Feuerwehrmann davon, wie seine Kollegen und er angegriffen wurden, von einem Mob Menschen mit Migrationshintergrund. Und er sagt das auch. Aber die Tagesthemen zensieren den Satz einfach knallhart weg. Was die ARD sich da geleistet hat, ist ein journalistischer Totalausfall.